Und nicht nur, dass der Monat Muharram im Gesamten ein sehr guter, vorzüglicher Monat ist, nein, wir haben auch, wenn wir am 10. von Muharram. An diesem Tag bitte ich euch und ich küsse eure Hände und eure Füße, fastet an diesem Tag, denn an diesem Tag gibt es besonders viel Belohnung. Höre, was der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagt und diese Überlieferung ist bei Imam Muslim. Er sagt, was den 10. von Al-Muharram anbetrifft, das heißt Ashura, so hoffe ich, sagt der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, dass dadurch die Sünden des vergangenen Jahres ausgelöscht werden. Dass dadurch die Sünden des vergangenen Jahres gelöscht werden. Hast du einmal darüber nachgedacht? Wir lesen in vielen Ahadith, vor allen Dingen, wenn es auch um vorzügliche Monate, um vorzügliche Tage geht, wie zum Beispiel auch Arafa und so weiter und so fort, dass Allah azzawajal uns ein Jahr die gesamten Sünden vergibt. Die Sünden vergibt von einem Jahr oder manchmal von zwei Jahren. Wir lesen diese Ahadith, aber wir verstehen sie nicht. Subhanallah, überlege, oh Diener Allahs, diese Sünden, die Allah azzawajal bereit ist, uns zu vergeben, einfach so und er muss das nicht, subhanahu wa ta'ala, diese Sünden sind vielleicht von uns unzählbar. Überlege jetzt, wenn du vor einem Jahr zurückrechnest, du rechnest jetzt ein Jahr zurück, wo du Sünden gemacht hast bis jetzt. Auf wie viele kommen wir? Die Diener Allahs sind unterschiedlich. Manche haben vielleicht unter zehn an Sünden gemacht. Die gibt es, die Diener, möge Allah azzawajal uns zu ihnen gehören lassen. Und es gibt welche, und das ist leider die Masse von uns und wir gehören alle dazu, möge Allah azzawajal uns vergeben, die haben zigtausende von Sünden gemacht. Vielleicht erreicht das sogar einen gewaltigen Sündenberg, der nicht mehr erfassbar ist. Was möchte Allah azzawajal uns an diesem Tag geben? Er möchte uns an diesem Tag, wenn wir fasten, und ich sage dir im Vorab, oh Diener Allahs, denn ich weiß nicht, wie lange du drin bleibst. Es kann sein, dass du mein wertiges Gesicht nicht magst und deswegen schnell raus möchtest. Bevor du rausgehst, bleibe noch einen kurzen Moment, damit ich dir diese frohe Botschaft mitgebe, dass Allah azzawajal bereit ist, wenn du an diesem Tag versuchst, auf beste Art zu fasten, das heißt keine Sünden, keine schlechten Wörter, halt dich von allem Schlechten fern, Allah azzawajal, er vergibt dir alle Sünden, die du innerhalb eines Jahres gemacht hast. Lass uns diesen Hadith verstehen, oh Diener Allahs. Das bedeutet, Tausende oder wir haben sogar gesagt, manche Hunderttausende von Sünden, an einem Tag vergibt sie dir, Allah azzawajal. Wie oft hast du gefastet? Einen Tag. Wie viele Sünden hast du gemacht? Sünden innerhalb eines Jahres bedeutet 365 Tage. Du sündigst in 365 Tagen und Allah azzawajal vergibt dir die Sünden, indem du nur einen Tag fastest. Und was ist dieser Tag? Ist das so schwer, oh Diener Allah? Wallahi, das ist nicht schwer. Alhamdulillah, mit der Gunst Allahs sind die heißen Sommertage jetzt vorbei. Alhamdulillah, so dass wir uns der Fitna nicht mehr so ausgesetzt fühlen wie vorher. Das heißt, es ist kühl, es ist angenehm, ja vielleicht sogar etwas kalt. So kannst du innerhalb von wenigen Stunden diesen großartigen Lohn erreichen. 365 Tage haben du und ich übelst gesündigt und an einem Tag vergibt Allah azzawajal uns auf einmal alle Sünden. Und ich möchte dich besonders nochmal bitten und ich küsse nochmal deine Füße und deine Hände, dass du an diesem Tag fasstest. Denn wer war Wissender von allen Menschen über die Religion Allahs? Du hast die Antwort richtig gegeben. Nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und höre, wie wert er auf diesen Tag Asura gelegt hat. Es heißt in einer Überlieferung von Ibn Abbas, die Israel Bukhari überliefert. Er sagte, Ibn Abbas radiallahu an. Er sagte, Ibn Abbas radiallahu an. Ich habe den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam auf keinen Tag so sorgfältig achten gesehen, bedeutet, dass er erpischt war, diesen Tag zu erreichen, ihn zu fasten und ihm einen Vorzug gegenüber anderen Tagen zu geben, wie an diesem Tag, den Tag von Asura und diesen Monat, nämlich den Monat Ramadan. Allahu Akbar. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der wahrlich am besten gewusst hat, welche Anlässe die besten Anlässe sind, dieser hat sich sehr darauf konzentriert, den Tag von Asura zu fasten. Warum? Weil er wusste, es ist ein besonderer Tag und ein Tag, an dem viel Segen drinsteckt, oh Diener Allahs.